Bis jetzt sieht es gut aus. Keiner erkannt? Immer schön, immer schön. Keiner erkannt. Willkommen zu einer Runde Badwars mit Hype. Servus. Ja, wir spielen 4x2, Klausophobia. Wir wurden hier schon erkannt. Grüße. Keine Ahnung, ob das jetzt aus Prank war. Wir wollten heute, bzw. ich wollte über den Server reden. Und zwar haben wir ja den Raventix Server. Und der wird bald released, wenn es alles glatt läuft, wie es momentan läuft. Und ja, also das wird dann auf jeden Fall nochmal ein extra Video dazu geben von mir. Und ich werde auch den News Channel dann leiten vom Raventix Team. Das werdet ihr auch nochmal erfahren. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn er dann draußen ist. Ich werde euch dann nochmal informieren genügt. Also ich schwitze jetzt auch auf Top 10 wieder. Ihr kennt es ja von mir vom September. Also ihr wisst jetzt bestimmt nicht beim Monatsnamen. Aber vom September auf jeden Fall, weil da habe ich halt auf Platz 1 geschwitzt. Und jetzt schließe ich wieder. Also wir haben jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, brauchen wir noch Bilder und Devs? Weil ich habe das schon mal gesagt, dann haben sich viele beworben. Bilder. Also alles, bewerbt euch einfach. Ich tue wieder die Google Forms, den Google Forms linken Page wieder in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch wieder bewerben. Jeder wird beachtet. Und ja, wenn ihr Glück habt oder wenn ihr eine gute Bewerbung geschrieben habt, kommt ihr vielleicht rein. Also genug Lecke. Wie die jetzt wieder hier... Guck mal, alle drei Teams haben uns jetzt erkannt oder angeschrieben. Übrigens nochmal Danke an das Ich-Kiffe-Video, weil das hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, was ich gar nicht... Wo ich nicht mit gerechnet habe. Vor allem gab es auch viele ernste Kommentare, aber auch extrem viele Quatsch-Kommentare. Ich finde es nicht so nice, weil es halt echt ein ernstes Thema ist. Aber naja, ich bin ja auch kein ernster Kanal. Ich bin ja auch ein Fun-Kanal. Es geht ja nicht nur um ernste Themen und alles normal. Wann ist er tot? Ah, wir haben Sinn. Das war ja übige Chill. Ich glaube, wir haben auch Glück mit den Gegnern, weil wir hatten jetzt... Spielen schon ein paar Stunden jetzt. Und wir haben... Ich kann mal eben meine Sets zeigen. Ähm, halt eine sehr, sehr gute KD aufgebaut. Halt mit 4x2. Ich habe eigentlich vorgab, nur 8x1 zu spielen. Aber da gibt es mir jetzt so viele Hacker und so. Und das macht auch nicht so viel Spaß gerade. Keine Ahnung. Wird jetzt übrigens meine FL... Ja, so ein bisschen privat lassen. Also, wenn ihr mir was schickt, könnt ihr gern machen. Wenn ich sie annehme, seid froh. Aber ich weiß jetzt halt nicht, weil das ist halt schon ein bisschen nervig, wenn ich dann jedes Mal... Wenn ich join halt instant 5 oder 6 Part jemals bekomme. Äh, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wenn ihr euch mal in meine Lage versetzt. Ha. Kann sein, dass sie nicht jetzt einfach alle wieder schreiben. Einfach nur, weil wir YouTuber sind. Eventuell ja. Ja, ja. Wo bist du? Weiß. Ja. Bin gerade am einbauen. Okay. Ja gut dann. Ein Bock auf einen Zahn. Suizid. Aha, Rot hat mit Endstandard gebaut. Uff. Heavy auch. Ja, aber... Loll. Asynthodesstern. Irgendwie habe ich voll den Drang das runter zu werfen, statt auf dem Weg. Weil, wenn das auf dem Weg liegt, muss man es immer wieder droppen. Ja. Hast du auch keinen Bettsound gehört? Ne. Hm. Okay. Wann mal. Grün? Lebt nicht mehr. Gut, dann gehe ich auf... Rot. Ist das... Achso, Rot hat auch kein Bett mehr. Alles klar. Hä? Siehst du einen roten? Weil bei mir ist nur einer. Machst du Aufnahme. Alter. Er ist dann wirklich... Er ist runtergelaufen, weil er mir den Krill nicht lassen wollte, glaube ich. Oh, hab ihn. Aber er hat mich auch. Aber das ist egal. Ist da noch einer? Oh, da ist noch einer. Nur noch der gelbe und roter. Und dann noch roter. Jaja. Wir müssten aber eh sein. Die Gegner fluchen. So, den gelben habe ich. Aber... Sauber. Hä? Oh, lol. Ne. Das bist du da oben. Ne, bist du nicht. Hä, der hat unsere Rüstung an. Heavy. Ja, ich habe die da oben hingedroppt. Der geht so... Link... Nach links. Von uns aus gesehen. Uff, Alter. Ach, da oben ist er. Hä? Ist ja voll krass wieder die Runde eigentlich. Weil die alle... Sind zwar gar... Sind gar nicht auf uns gegangen. Haben wir ihn? Nice. Ja, weil die Runden einfach so schmecken. Gut, dann war es auch schon. Schaut beim... Lieben Z-Hype vorbei. Willst du noch was sagen? Ähm... Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Und schaut beim nächsten Mal vorbei. Ciao. Tschüss. Grüße. Grüße, Grüße. Tag es so zusammen. rer, hin ...